Die Entscheidungskämpfe im Stabhochsprung. 25 Springer haben die Höhe von 3,80 Meter übersprungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch ist der Kampf um den Sieg im Stabhochsprung nicht entschieden. Fünf Stunden schon stehen die Letzten in diesem dramatischen Ringen. Drei Amerikaner und zwei Japaner. Die große Schlacht ist wieder entbrannt, wie 1932 in Los Angeles. Die Latte liegt auf 4,25 Meter. Als erster springt euer Japan. Gerissen! Der zweite Versuch. Untertitelung des ZDF, 2020 Der starke Amerikaner tritt an. Sein Weltrekord steht auf 4,37 Meter. Er ist Amerikas größte Hoffnung. Revers zweiter Versuch. Wieder gerissen. Sein letzter Sprung. Ausgeschieden. Nishida, Japans Meister. Nishida, Nishida, Nishida. Nishida, Nishida. Nishida, Nishida. 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 Amerikas junger Athlet, Meadows. Gerissen! USA! Federal! 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 Meadows, zweiter Versuch. Sprunghöhe vier Meter fünfunddreißig. Zwei Amerikaner gegen zwei Japaner im letzten Gang. Euhe beginnt! Euhehehe! Euhe! 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 Private invaded euch! Thunden! Auch ausgeschieden! Nisida und Medos kämpfen jetzt um den Sieg! Nisida! 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 Verloren! Der stundenlange Kampf ging über seine Kraft! U.S.A! U.S.A! Medos! Sieg für Amerika! Neuer olympischer Rekord! Goldmedaille für Medos! Sieg für Amerika! Sieg für Amerika! Sieg für Amerika! Vielen Dank.